Heute gehen wir ins Fussball-Golf Thurgau. Hier kann man mit einem Fussball Golf spielen mit 18 Löchern und finden verschiedene Challenges. Am Anfang gibt es für jeden Spieler einen einzelnen Ball in einer verschiedenen Farbe. Jetzt müssen wir den Ball durch diese Torte zum Ziel schiessen. Jetzt müssen wir schauen, dass der Ball nicht im Sandloch landet, weil da muss man ihn wieder rauskicken. Jetzt müssen wir den Ball zwischen den Holzhindernissen durchschiessen. Bei der Bahn 5 muss der Ball über diesen riesigen Bounce-Stamm. Bei der Bahn 6 muss der Ball genau durch dieses Holzloch durch. Über oder unter dem Stein drunter und nachher muss man den Ball wunderschön einnetzen. Da muss man den Ball über diese riesige Schanze fetzen. Und über die drei Holzpflöcke drüber, beim Loch 14, ist es sogar möglich, da durch ein Hole-in-One zu schiessen. Und da wieder zwischen den Baumstämmen durch. Und das Loch 18 ist ganz verreckt, genau auf dem Hügel hier oben. Jetzt haben wir hier die Anzahl unserer Schläge eingetragen. Danke dir für das Zuschauen und bis zum nächsten Mal, bitte ihr Praktikant!